Der Herr öffnet die Hand nach oben, die Dame legt diese Hand ein und das ist unsere Tanzposition. Wir stehen immer gerade zueinander im 90 Grad Windel zu den Fetteln. Gut, jetzt starten wir gemeinsam mit dem Rundschritt. 5, 6, 7, 1, Rücken vor, Wechselschritt, Wechselschritt und Rücken vor. Wechselschritt, Wechselschritt und Rücken vor. Wechselschritt, Wechselschritt und Rücken vor. Das sind unsere Basics, die bleiben immer gleich. Damit bauen wir dann auch unsere Figuren auf. Figur 1 war der Platzwechsel. Schaut folgendermaßen aus. Rücken vor, Wechselschritt, Wechselschritt und Rücken vor. Wechselschritt, Wechselschritt und Rücken vor. Wechselschritt, Wechselschritt und Rücken vor. Wechselschritt, Wechselschritt, Rücken vor. Dannben viren wir noch den Spin. Schaut folgendermaßen aus. Wechselschritt und Rücken vor. Wechselschritt, Wechselschritt, Rücken vor. Wechselschritt, Wechselschritt und Rücken vor. Wechselch achievements. GOTTEN 5, 6, 7, 8. Acht, Rücken vor, Wechselschritt und Rücken vor. Wechseln, wechseln und rück vor Noch einmal, fünf, sechs, sieben, acht, rück vor An die Hüfte, an die Seite, rück vor Durchgedreht, wechseln, rück und rück vor Dann haben wir noch den Sitz, dazu verbinden wir beide Hände Drehen wir die Dame über den Kopf Und dann schieben wir die Dame auch wieder raus Und dann schieben wir links, lösen wir Fünf, sechs, sieben, acht, rück vor Wechselschritt und Wechselschritt, die Dame ein Wechselschritt und Wechselschritt und rück vor Wir lösen links und Wechselschritt und rück vor